Designation, Car Fortifications Und als nächstes hätte ich gerne Smooth Stone Noch, das könnte dann eine Weile dauern Und wenn wir schon dabei sind, Dump Befehl für die ganzen Steine, die hier in dem Privatzimmer drin sind Und hier habe ich noch keine neue Okay, macht auch Sinn, meine Mason sind nämlich mit allem möglichem Zeug beschäftigt Noch eins tiefer bitte Konstrukt wurden bin, Konstrukt wurden bin Läuft ja alles einigermaßen gut Muss ich dann nur noch hier auf das restliche Zeug dann Einen Floor draufsetzen Dann lasse ich extra mal hier hinten ein Mauerstück Und alle Fische sind weg Okay Das sind auch noch so Sachen, die ich planen und machen muss Ah, ja, Military So Uniforms Würde ich eigentlich fast immer noch am liebsten diese Uniform behalten Aber ich glaube, ich werde eine eigene erstellen Und hier nehme ich einfach X-Bow Äh, neben Uniform X-Bow So X-Bow kriegt erst einmal Weapon Einen Crossbow Und zwar Und zwar Add Item Crossbow Ah, Material So Wunden Crossbow So Color Any Color Ups Jetzt habe ich immer aus Versehen die Waffen wieder weggenommen Crossbows Und zwar Wood Äh Color Ja Midnight Blue Any Color Gut Crossbows Ähm Ups Uniforms So Kann ich den auch gleich hier Nein, Shield ist es Äh Bucklers Material Ich würde mal sagen Erst einmal nehmen wir alle Materials Und machen dann nachher 10 Wunden Bucklers Das ist nämlich besser als gar nichts So Amor Amor würde ich sagen Meshirt Kann Metal sein Oder Any Material Naja Die verdrückt mich dauernd So Erst einmal ein Meshirt Das reicht nicht Ich muss mir mal das Nochmal das Levering durch den Kopf gehen lassen Obwohl wir können ihn auch noch Äh Was können wir ihn Breastplate Nein Lederarmor Können wir ihn noch verpassen Leder Lederarmor Nein Any Material Wobei ich glaube Das ist zu allgemein gemeint Amor Machen wir mal Shirt Und Cloak So Ja Halt Shirt nehmen wir weg Wir machen Wops Glaube ich war es Das müsste gehen Ich muss noch mal nachgucken Und zwar mit Material Leder Cloaks Und Leder oben So Helm Können wir ihn erst einmal Ein Metallhelm aufsetzen Gloves Können wir ihnen Ja einfach mal Gloves Und Boots Äh Low Boots Geben so Helms Material Äh Würde ich sagen Metallhelme Besser sicher ist sicher Dann Lederhandschuhe Dann Lederhandschuhe Die machen wir mal Animate Hier jetzt Die Low Boots Fürs Erste So und jetzt geben wir Denen Nicht die Spansquad Alerts Equipment Und Ja Oh Assigned Uniform So Expo Useful Squad Genauso Das wäre erst mal die Sache Dann müssen wir noch im Militär Ammunition Also Hunters Wir nutzen jetzt mal nur Wood Boots Und Bone Boots Zum Jagen Aber nicht so viele Sondern nur Vor jedem mal 30 Stück Und Ihr Ihr benutzt Metallbolzen Aber nur 100 Stück Und auch nur Für Combat So Dann braucht ihr noch mal Bolzen Und noch mal Bolzen Nämlich Einmal Wood Und Einmal Bone Und das Bedürft ihr für alles benutzen So Metallbolzen Trakt Erstmal nur 50 Pro Person Also viele Haben wir noch nicht mal Ich kann aber kurz In die Stocks Gucken Ammunition Hier sind nämlich Ein paar Stahl und Bismuth Brollzen Die gern Aufgesammelt Werden Möchten So Wurden Bins Werden Hier auch Wieder Hergestellt Wird Alles Gemacht Und Wir haben Wieder Keinen Fisch Im River Das Ist Egal Wir haben Leider Aber auch Zurzeit Keinen Mason Der Sich Um Die Außen Mauer Kümmern Kann Was für Tiere Haben wir Hier Eigentlich Die Können wir Mal Freilassen Da Können Sie Wieder Hinter Ihren Herrchen Hinterher Rennen Seine Tier Ist Ja Nur Verhungert Weil Das Herrchen Bewusstlos Im Krankenhaus Lag Was Auch Nicht So Schön War Und Wir Haben Einen Goblin Dieb Ja Zwei Ein Kobold Dieb Und Dieb Dieb Ein Kobold Dieb Und Zwei Goblin Diebe Okay Sie Werden Jetzt Mehr Langsam Die werden Wirklich Immer Mehr Wir Müssen Das In Acht Nehmen Okay Jetzt Hat Da Jetzt Gerade Irgendeiner Mit Dem Typen Gekämpft Ja Ja Ein Meiner Stone Leute Schon Wieder Einer Noch Einer Und Überall Ist Blut Wer Sie Hat Jetzt Schon Wieder Gekämpft Die Sparren Alle Was Für Blut Ist Das Ja Mein Stone Verzieht Was Sagt Das Health Über Den Stone Braucht Eine Diagnose Okay Der Ist Hoffentlich Hoch Ins Krankenhaus Ja Ist Er Auch Und Schon Wieder Ein Dieb Wie Viele Kommen Heute Noch Gucken Wir Mal Kurz Nach Dem Wunden Autsch Leber Und Schädel Doktor Wir Brauchen Sie Was Habt Mit Dem Fass Hier Eigentlich Vor Und Mein Deprimierter Zwerg Lebt Immer Immer Noch Wundert Mich Irgendwie Strikken By Melancholy Starving Dehydrated Drowse Miserable Also Übrigens Etwas Schlechtes Wir Haben Nämlich Noch Gar Keinen Friedhof Gut Überlegen Den Friedhof Können Noch Eine Etage Tiefer Setzen Wack Coffin 20 Stück 20 Bitte Wir Haben Viel Zu Viele Heute Darum Die Kloff Sachen Schon Fertig Nein Es Wie Noch Ein Kloff Back Und Socks Und Wir Haben Hier Noch Immer Zeug Zum Entfernen So Das Wäre Auch Erledigt Wessen Blut Ist Das Hier Auch Der Andere Ein Verletzter Zwerg Ah Der Wird Gerade Behandelt Oder Nein Das Ist Ein Glas Ah Ja Der Hat Sich Hand Hand Verletzt Wo Hat Er Sich An Der Hand Verletzt Ah Du Hast Auch Gekämpft Gegen Einen Okay Mein Glas Mecker Hat Den Goblin Herum Geschleudert Ja Ja Was Was sagt Verletzt wurde Steht Hier Immer Noch Diagnose Nein Es Steht Bei dem Glas Diagnose G. Grasp Empired OK.